Liebe Karate Austria Community, ich bin die Laura und ich bin Mitglied im österreichischen Karate Nationalteam. Momentan ist die Situation wirklich schwierig für uns alle, deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und zu Hause bleiben. Dabei wird das Training oft zur Herausforderung, aber verliert es nicht eure Motivation, bleibt optimistisch und positiv. Ich zeige euch jetzt an nur Übung, die ihr daheim ganz einfach nachmachen könnt. In diesem Sinne alles Liebe und bleibt gesund und fit.